Mich macht es glücklich, wenn ich mit meinen Freunden spiele und mit meiner Mama kuschle und mit meiner Familie. Und wenn ich, ja, wenn ich zeichne, ich schmecke gerne Schokolade. Das macht mich glücklich. Und Eis. Mich macht es glücklich, wenn ich Blumen rieche und meine Familie. Also ich bin sehr sportlich und ich, also mich loben auch immer alle, weil ich so gut lerne und dass ich gut zeichnen kann. Das macht mir alles sehr Spaß. Es ist cool, wenn ihr euch das Video auch anschaut, weil das hilft wirklich. Und wenn ihr zum Beispiel traurig seid, könnt ihr auch einfach los singen oder Musik machen, los tanzen und so. Also tanzen hilft mir sehr gut. Das hat mir, meine Mama hat mir mal den Tipp gegeben. Und ja, jetzt geht es mir dabei auch viel leichter. Es ist leichter geworden. Ich konnte mich schneller beruhigen und solche Sachen halt. Wenn ich zum Beispiel aufgeregt war, wenn ich zum Beispiel einen Test hatte, dann habe ich auch einfach getanzt. Es ist natürlich dann auch besser, wenn andere dabei sind. Für mich auch. Und ja, meine Schwester macht diesen Tipp jetzt, also diesen Tipp jetzt auch schon und geht es ihr auch besser. Also es kann immer sein, dass man mal Angst hat. Und das ist auch okay so. Jeder hatte mal Ängste. Also wenn man Angst hat vor was, dann kann man auch einfach, also man kann sich einreden, dass man das schafft von solchen Sachen. Und man muss sich auch denken, was da dann passieren wird zum Beispiel. Und das hilft auch. Ja, es gibt noch so andere Tipps, zum Beispiel Musik hören oder einfach mit anderen darüber sprechen. Das ist auch sehr gut. Also mit anderen darüber sprechen. Hilft dann auch, weil dann können sie dir dann auch helfen. Meine Freunde haben das schon gemacht. Und das fühlt sich dann gut an. Meinen Freunden habe ich damit auch schon geholfen. Und das fühlt sich sehr schön an, weil man weiß, dass die sich darüber freuen. Und ja, die haben gelacht und haben sich bedankt. Vielen Dank.